Wir haben einen Anakonismus bei uns, um die ganze Sache sicherer zu machen. Die Ritter haben in ihren Seeschnitzen noch zusätzliche Lauffläche, damit der Schlitter durch die Seeschnitzen regeln kann. Da haben wir seit 10 Jahren aber fast nichts. Mit genau dieser Lanze ist Nostradamus zu Ulm geworden. Er hat vorhin gesagt, der Zweite von Frankreich würde Ralfschloss sterben. Mit genau dieser Lanze ist das passiert. Als ein Lanze schlittert durch seinen Herdschlittmann dieses Auge, er hat noch zwei Wochen gelegt. Auch in der Neuzeit passiert das immer wieder. Seid ihr bereit? Auch in der Neuzeit passiert das immer mal wieder. Deshalb bitte ich euch, in was euch laut zu sein, zu brüllen, zu brüllen, im Moment des Anritts, nur in dem Moment des Anritts, möglicherweise alle rücklichen Atem anhalten, damit die Pferde nicht auf so einer Konzentration in der die Ritter sich konzentrieren können. Bitteschön. 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 gap Und das heute erst lange setze. Beine freien. Das brichter. Das ist mein Name. Das ist mein Name, das ist mein Name, das ist mein Name. Der ist immer ganz früher, so, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ich bin der Name! Ich bereite zu zweitern. Sind ihr da bereit? Wo weichst ihr denn an? Der Herr, seid ihr in Ordnung? Herr von Württemberg. Jetzt wird schon ein Letzter anletzt. Schöner das heutige Tournein. Die Letzter sind bereit. Achtung anhand! Wie kann ich machen? Patrick von Klapp und Welt. Was hat der Landtag besser geworden? Alles war mit uns, von Klapp und Klapp. Es war Leid, ihr Wunsch. Den Sieger zu verkündigen. Ich denke, Sie werden in einer Staffастin, Herr von Wunsch.